er hat n Eisenschwert. Ja man, Leute, ich bin so... WÄH! Hey Leute, ich bin's wieder, der Tegaw von dem Kanal Multiplayer. Und heute am Montag habe ich eine kleine Runde Mein Mafia am Start für euch. Ich hoffe mal, dass ich jetzt in dieser Runde Mafiosi werde. Ansonsten nehme ich die nicht, außer sie ist wirklich episch. Denn ich denke, sonst macht das nicht wirklich Bock, da zuzugucken. Oh, da haben wir einen sehr schlechten Dach. Ne, da sind Kisten. Okay, Bogen und Holzschwert haben wir schon mal. Holen wir uns aber noch ein Steinschwert. So, Bogen weg und 9, dass wir Pfeile haben. So, und jetzt hoffen wir mal mega, dass wir Traitor werden. Da hat Mafioso hier, oder Mafiosi, keine Ahnung. Jo, da ist der Tester und deshalb gehe ich mal ein Stückchen davon weg, denn falls wir wirklich Mafioso werden. Dann ist es nämlich nicht so gut, wenn wir direkt beim Tester sind. Äh, ja, der David ist heute mal nicht dabei. Er hat nämlich keine Zeit dieses Wochenende. Und was bin ich, was bin ich, äh, wo steht's denn? Ich bin Mafiosi, ja Mann! So, und da haben wir doch direkt schon mal jemanden. Der steht gerade wirklich schön. Bleib stehen, Junge. Okay, dann halt den da. Den da, den da, den holen wir uns. Er hat nämlich nix bekommen. Komm, 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 komm. Geh, geh, geh. So, und direkt mal... Alter, ich muss meinen Chat verändern. Was will der denn? Ja, Team. Gleich erscheint zu schreiben. Ja, Mann! So muss das, so muss das, Leute. Ähm, ich muss jetzt erstmal kurz meinen Chat anders einstellen. Ich hab keine Ahnung, warum der so kacke eingestellt ist. Nein, das ist zu breit. So ist in Ordnung. Da drüben sehe ich einen Namen. Ähm, ist das auch ein Mafiosi? Ja, ja, ei, ei, oh, oh! Warte, Slash Shop. Vielleicht kann ich ja schon irgendwas kaufen. Tatsächlich, was holen wir uns denn? Sollen wir uns eine MG holen? Komm, holen wir uns eine MG. Ich hab nicht genügend... Was? Ich hab eine MG gekauft, doch. Wo ist er denn? Höh, bin ich dumm. Ich hab eine. In dem Fall... Ach, ich hab nicht genügend. Okay, okay, okay. Ist ja gut. Hi. Und er geht rein, das ist schön. Dann holen wir uns den doch direkt auch mal. Würde ich mal meinen. Komm, komm, komm. Nee, nee, das kann nicht sein. Ja, Junge. Wir haben ihn. Yay! Die Runde läuft. Hi. Nein, warte, warte. Jetzt holen wir uns aber die MG. Äh, Slash. Ach so, ist ja noch eingegeben. So, und jetzt holen wir uns die MG. Ha, tatsächlich. Da haben wir eine MG. Und... Hallo, ich hab noch eine MG, Junge. Was ist das denn für eine Scheiße? Warum hat denn die MG nicht funktioniert? Normal schießt die, ohne dass man nachladen muss. Also halt aufziehen muss. Und was war das denn für eine Kacke, Alter? Und da sind wir schon mal Mafiosi. Und... Naja, komm, es war trotzdem eine coole Runde. Nehmen wir sie trotzdem. Und, ja, würde ich sagen, noch eine Runde hintendran. Und da sind wir auch schon in der nächsten Runde. In 30 Sekunden geht's nämlich auch schon los. Och, dieser Scheiß-Bug, Alter. Ich hasse diesen Scheiß, ey. Ne, aber in ein paar Sekunden geht's auch schon los. Und ich glaub zwar nicht, dass ich zweimal hintereinander Mafioso werde. Aber ich nehme diese Runde auch mal mit auf. Denn es kann ja sein, dass es eine epische Runde wird. Hoffen wir mal. Jo, dann geht's jetzt auch schon los, ne? China Land, okay. Ich hab keinen Plan, wo hier gerade eine Kiste ist. Denk direkt in der Nähe. Also ich kenn die Map, aber... Wir haben einen mega beschissenen Start. Okay, die Runde wird wahrscheinlich eh nix. Och, nee, Alter. Es kann sein, dass da oben das Eisenschwert ist. Ich kann mir das nie merken, wo die so scheiße ist. Naja, aber vielleicht haben wir ja Glück und finden doch noch was. Nein, hier ist niemals das Eisenschwert. Wir haben gar nix. Ich hab nicht mal ne Kiste irgendwo gesehen. Eileck mich doch am Zügerli. Na, die Runde haben wir eh verkackt. Also, ich glaub nicht, dass die noch irgendwas Gescheites wird. Ja, meiner war klar. Und ich hab gar nix. Wipperte, wer ist hier was? Äh, lieber mal abhauen. Ich hab nämlich grad keinen Plan, wer hier wen angegriffen hat. Ähm... Der hat den Tester betreten, okay. Mal gucken, vielleicht ist oben ja noch ne Kiste. Das wär auf jeden Fall mega. Kiste! Yay! Wir haben ein Steinschwert. Ja, Leute! Und ein Bogen... Ein Holzschwert. Scheiße, ey. Ach, und ein Bogen. Das ist ja schön. Ach, ha! Hätte ich erst nicht gedacht, dass ich noch... Da ist einer. Ich hoffe mal, dass der... Ah! Oh! Warten! Ich hasse Random Killer! Oder jedenfalls die, die versuchen, Random zu killen. Ist genauso schlimm. Naja, wir gehen jetzt mal in den Tester, damit der uns gar nix kann. So. Was willst'n du? Was willst'n du, hä? Knieopselchen. So. Da werden wir. Ich weiß nicht. Soll ich die angreifen? Die Namen, die ich da hinten sehe? Denn ich hab immer das Gefühl, dass die, die nicht beim Tester sind... Die, die, die sind verdächtig. Ich hab irgendwie das Gefühl... Geh... Testen... Hä? Oh. Er ist... Er ist tausendprozentig, ist er ein Traitor. Geh testen, hab ich gesagt. Halt deine Schnauze, du wiederholst dich. Wie heißt'n der? Ha! Hö? So, du gehst ja sofort testen, sonst geht's... Schade. Und, was war er? Wo sieht man das? Kann ich das vielleicht irgendwie... Hm. Also, ich bin mir ziemlich sicher, er war ein Traitor. War... 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 Ja, komisch war dat, ne? Würde ich mal meinen, du... Habe ich eigentlich das Eisenschwert bekommen? Nein, hab ich nicht. Wenn ich jetzt, äh... Da liegt was. Kein Eisenschwert bei ihm. Mann, oh meh da eh. Und wie viel... Halt, 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 hoi, hoi. Ah, oh! Da sind wir tot. Okay, war klar. Scheißwunde, Alter. So, da sind wir jetzt zum 10 Milliarden. Mal noch meine Hunde. Boah, das regt mich grad so auf. Ich versuche... Seit bestimmt einer Stunde... Versuche ich, eine gescheite zweite Runde aufzunehmen. Aber nee! Ist da... Bitte... Okay, lern reden. Lern reden, Tegaree. Lern einfach reden. Okay, ich führe Selbstgespräche, aber das kennt man ja von mir schon. Ja, ja, in der Tat, in der Tat. Ich führe ja sowieso die ganze Zeit Selbstgespräche. Ich bin ja mit niemandem hier im TF oder sowas. Ja, ja, Steinschwert wäre jetzt echt nice. Und ich hoffe so sehr, dass ich endlich mal wieder Mafiosi werde. Wer ist da eine Kiste? Tatsache! Steinschwert. So, wenn ich jetzt kein Mafiosi werde, dann liebe ich, glaube ich, einfach... Das ist jetzt einfach mein letzter... Ja, Mafiosi. Mein aller, allerletzter Versuch. Und wir hoffen mal, dass das eine nice Runde wird. Nice round. So, der da, der will doch sterben. Ist hier jemand? Ach, da kommt einer. Okay, ich bin weg. Tschüss. Ich gehe nicht. So, doch, da kommen jetzt drauf da. Er hat ein Eisenschwert. Ja, Mann, Leute. Ich bin so... Ich bin doch so dumm, Ruhm, denn... Oh, ich hätte doch einfach den Bogen im Knochen... Oh, nee, Leute, ich habe keine Lust mehr. Sorry, aber ich versuche jetzt wirklich seit einer Stunde eine gescheite Runde aufzunehmen und alle sind ungefähr so ausgesehen. Entweder wohl ich random gekillt oder direkt von einem Mafioso gekillt oder was weiß ich. oder bla, bla, blub, blub. Ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, kann ich es verstehen. Wenn doch, lass einen Daumen nach oben da. Bla, bla, bla. Abonnieren, nicht vergessen. Bäh, bäh, bäh. Tschüss.